Hallo liebe Leute, hier sind wir zurück zu einer weiteren Folge of Trials. Wir haben mal ein paar Strecken runtergeladen. Wissen nicht, was uns erwartet? Wir haben darauf gebracht, dass es keine Linierstrecken sind, hoffentlich. Ja, außer sie sind irgendwie gefaked. Schon mit wurde recht nach unten gedreht. Oh Gott! Alter! Jo! Jo, wie soll das gehen? Hier muss man vorwärts halt landen, das ist ja nicht so schwierig. Hier braucht man auch so ein bisschen Speed. Komm, bleib oben! Nein! Ah fuck! Ok, die Strecken sind schon etwas schwerer als die letzten. Ja. Hast du es geschafft denn? Ah fuck! Ich komm nicht rüber. Ich auch nicht, bis jetzt. Jetzt, nein, jetzt sind wir noch nicht. Aber da ist kein Checkpoint dahinter, ne? Ja. Okay. Erstmal anlaufen ein bisschen. Ach, kann nicht direkt. Aber manchmal weiß man es damit direkt am Start, wenn es nicht klappt. Ah... Aber so fucking Bad. Holy Fuck. Ich komm jetzt nicht mehr mal mehr nach unten. Das ist so Bad jetzt hier. Okay jetzt, jetzt, jetzt mache ich es! ..Pass auf! Tschüss... Fuck it! Nicht mal anernd. Doch da ist ein Checkpoint dann. Der ist nur unten. Den sieht man deswegen oben nicht stehen, aber... Okay. Ich habe Sprung ins Ziel ausgemacht, wie ich es letztes Mal angekündigt habe. Damit das nicht wieder passiert, wie letztens. Damit er mich nicht wieder abzieht. Genau. Damit er nicht wieder ins Ziel springt. Ich es dann nachmache und ich beschuldigt werde. Richtig. Komm, bleib da oben mit deinem Hinterrad, du Lappen, ey. Hast du es echt geschafft, ey? Nee, habe ich es nicht. Er ist ja mit dem Hinterrad nicht oben geblieben. Ja, aber du bist da oben gewesen im Hinterrad. Ja, aber ich bin da runter geholt. So, habe ich jetzt. Wie hast du das jetzt gemacht? Mit Skill. Ich weiß, das gibt es bei dir nicht so oft. Das war auch nicht so wild eigentlich. Alter. Das ist nur eine schwere, ne? Ja. Was ist denn das hier? Jetzt aber. Nein, hack dich da noch rein. Jetzt. Oh. Hier darf man nicht zu schnell sein, nicht zu langsam sein. Da wird dir der Glambold gleich aber heulen. Ja, das muss ich da ankommen, ja. Was? Hier war ja einfach nur hier noch, einfach nur nach vorne stolpern. So ungefähr. Ich komme gerade nicht mehr runter. Ja, zwischendurch hat man das mal, ne? Fuck. Yo. So easy war ich da ja noch nie durch, ey. Ja. Ich bin da gerade übelst easy durchgejumpt, einfach mit Vollspeed durch. Ja, ich auch. War dann plötzlich... Oh. Vor allem ging es los, ey. Hast du perfekt den Boden getroffen und dann ging es richtig ab. Aber das Ding hier, das ist irgendwie so komisch, ey. Ja, das ist... Weil der Reifen so komisch ist. Ist ja kein Reifen. Nein! Hä, danach... Das ist... Das geht ja noch, oder? Jetzt gerade war es, glaube ich. Danach kommt noch so ein beschissenes Ding. Ach, da... Er schafft es einfach langsam genug zu sein. Er ist so schlecht, dass man es einfach schafft, ey. Jetzt... Oh, das ist ziemlich easy, muss man sagen, ne? Es ist nur Minerio. Den sag ich ja gar nicht. Jetzt ist er... Er ist einfach in Ciri direkt gefahren. Ich durfte mir die Map niemals händen angucken. Ja, ja, es geht danach nur noch geradeaus. Ja, und? Trotzdem würde ich sie gerne zählen. Jetzt ist... Es geht trotzdem nur noch geradeaus. Ja, und? Darum geht's auch gar nicht. Was hat alles gesehen? Den hab ich eben nicht. Bing! Die ist einfach. Was zur Entspannung. Das hätte ich nicht schaffen, die Map. Da hat er irgendwie leckt ihn bei mir. So ein bisschen. Das sieht jedenfalls leckend aus. Lol. Lol. Wie soll denn das gehen? Jo. Man kann den Schwung nicht schaffen. Wenn man resettet. Ja, jetzt kommst du mit. Wieso resettest du auch so viele Lappen, ey? Alter, das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich, wenn ich mich überhaupt nicht angucken kann. Ja. Ist klar. Ja. Soll ich es in den Sprung zu schaffen haben? Ne, es geht nicht. Du hast es doch gerade geschafft. Nein, eben nicht. Er crasht da einfach direkt. Ja, weil du mit dem Hinterrad zu kurz bist. Du musst einen Long Jump machen. Ich wusste. Von ab an, dass ich überhaupt nicht schaffe. Deswegen gibts ja jetzt GG. Ja. Ist halt bloß auf dem Haus noch weg. Oh Gott. Das war's. Höh. pursue den Niemann. Das war's. Wann das gehen? Keine Ahnung, gg. Du warst doch schon da oben. Das hilft ja nicht, wenn du da oben bist. Du kommst ja nicht weiter. Ich bin da. Wie hast du das gemacht? So wie du. Und vordere drauf gelandet. Ja, aber ich kam da nicht, das Hinterrad hat da nicht mitgespielt, das hat mich da unten gedrückt. Du hättest bremsen müssen, dann hättest du sich weiter nach vorne lehnen müssen. What the fuck. What the fuck. Das ist ne mildere Strecke eigentlich, ne? Nein, laut dem Ersteller ist das nicht. Ja. Für ihn war's mit, er macht ja auch die Ninja-Course ohne Fehler. Für mich ist das auch mild. Es geht nicht. Ich war jetzt wieder mit dem Vorderrad oben, aber es ging einfach nicht. Du schummelst doch hier. Ja, ich geb einfach nach hinten weg. Ah, da hatte ich's fast. Fuck. Oh. Das ist doch, das ist doch, ey. Nein. Das tut doch schon in der Hand wie, wenn ich das hier nur angucke, ey. Ich komm noch nicht hoch. Echt ne traurige Geschichte, Mann. Wenn ich an der anderen Stelle, dann würde ich da resetten. Alles später, ne? Dann würde ich da resetten. Dann würde ich da resetten. Das ist einfach der Motorrad, der Motorbike. Gott, der dich jetzt da hängen lässt. Weil ich mir ne Map nicht ändern durfte. Ich durfte mir auch ne Map nicht ändern. Ja, weil du mich vorher, ne? Weil du mir das Privileg vorher genommen hast. Deswegen bin ich dann durchgeheizt. Und da ging's auch nur noch geradeaus mit dem Long Jump. Ja, siehst du, hast du doch geschafft jetzt. Ja. Ich weiß aber nicht wie. Ich würd's nicht nochmal schaffen. Ich schon. Würdest du dir beweisen. Aber geh grad nicht, weil ich hier hänge. Jo. Ich hatte's eben schon fast. Das ist ja der, der größte Witz. Jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Komm, komm, komm. Yes. Ich brauch dich einfach nur in der Nähe stehen haben. Ja, dann kommst du mit dem Druck nicht. Besser klar, ne? Dann mach ich einfach hier meine Super Saiyan-Kräfte an. Man braucht nämlich immer ein Zeugen. Damit man weiß wie gut man ist. Damit jeder weiß wie gut man ist. Ja. Boah, wie hab ich das denn gemacht? Holy fuck, wie soll das denn gehen? Jo. Also. Ich will ihm nix sagen, ne? Aber du, die Map schaffen wir nicht. Obwohl? Fuck. 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 Das war zu früh. Fuck. Das war erst recht zu früh. Was war das denn? Nein! Ich hab zu früh gesettet! Das war ich. Das war mir schon klar, dass du da gerade drauf bist. Hast du ausgefragt, was war das denn? Oder war ich das? Yes! Nein! Nein! Haha! Metaform check! Nein! Ah! Nein! 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 Ah fuck Wo komm ich denn da hoch? Bestimmt nicht, wenn ich mit dem Kopf dagegen nicke Höchstwahrscheinlich nicht Das geht langsam auf die Hand, muss ich sagen Erstmal rück was rein Vor allem, es geht ja auch bergauf Nicht bergab Jo, mach das nochmal easy Hab ich doch gesagt Ja, hab ich doch gesagt Mach das einfach mal kurz easy Ja was heißt kurz, ich hab da gefühlt schon 50 Resets verbraucht Das ist ja ein Spaß Für groß und klein Fuck my fuck Was Na fuck my fuck, hab ich gesagt Du musst mit dem Vorderrad drauf landen Und dann musst du von da aus direkt den selben Jump nochmal machen Ja ich weiß Easy Wenn du dir das dann mal angucken möchtest Wie das ein guter Spieler macht Du weißt wo du's findest Jo Nicht bei dir Hey Ich hab's wenigstens geschafft Nach 6 minuten 41 Und das war ne Mittel laut dem Ja Mittel Ja, hab ich gesehen Vor allem dieser Sprung da Da kenn ich Da kenn ich extremere die leichter sind Jo Ich auch Wo wir letztens in 2 minuten durchgeheizt sind Alter Da sind wir erstmal beide abgehoben Joa Oh Hat ihm erbleckt bei mir ein bisschen Hepp Ach Ach Oh 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 mir habe ich gerade kein Gefühl. Rette es doch, fuck. Alter, jetzt muss doch langsam mal meine 10.000 Stunden in Unterrichtsschweiz-Erfahrung noch hinkommen. Also, falls die Kinder zuhören, ja, spielt das nicht in der Schule, das ist nicht gut. Passt die Woche im Unterricht auf. Nicht so wie wir. Alter, das muss doch mal funktionieren. Ich komme nicht hoch. Ich komme nicht mal auf das erste Fass mehr rauf. Was? Du kriegst ihn nicht hoch? Ey, ich kriege ihn nicht hoch. Ich bin... Scheiße. Wenigstens hast du das rechtzeitig erkannt? Und wir haben das auch rechtzeitig erkannt, deswegen nehme ich nämlich auf. Fuck. Genau das ist der Grund. Ja, ist er doch. Alter, wieso komme ich denn da nicht hoch? Ich muss ehrlich gesagt aber zustimmen. Das ist... ne schwer, Maximo. Ich häng' auch nicht auf den ersten Ding. Ich steh' noch am Start. Und komm' nicht weiter. Ich komm' nicht mehr auf das meiste Fass da. Das ist jetzt einfach nicht drin. Diese leichte Schräge von den Dingen. Das ist so... diese... also diese Rundung da. Die fickt mich einfach richtig. Na komm, 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 komm. Nicht runter, nicht runter. Bitte nicht, bitte nicht! So. Wie soll ich dir das denn erzählen? Das ist ja vielleicht ein Schwachsinn. Ja, keine Ahnung. So, jetzt komm' ich wieder nicht mal auf das weiße Ding hier rauf. Einmal hab' ich's geschafft, hoch her, und dann bin ich gegen die Mine gefahren und das war's. Das ist ja... Fuck! Wie soll man das denn machen, Mann? Ja, ist halt nur schwer, ne? Ja, ist sie auch wirklich nur. Ich bin einfach nur zu unfähig. Weißt du, ich seh' wenigstens ein, wenn ich zu unfähig bin. Ich hab' nie gesagt, dass ich nicht unfähig bin. Ich schaff's ja nicht mehr, unter dem ersten Ding nach oben zu fahren. Das ist ne stinknormale Schräge und ich komm' nicht hoch! Lehn' dich doch nach hinten, Mann! Warte, jetzt kriegt man auch meine Fliege wieder ins Gesicht, ey. Tja. Was ist denn da im Job gemacht, Mann? Wo kommt ihr denn her? Fuck! 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 Und schon wieder in die Mine gefahren. Mann, das gibt's doch nicht! Wird ja zeigen, wie's geht, wenn ich hier hochkommen würde. Ja, es könnte sein, dass du das hier besser schaffen könntest. Ja, weil ich einfach zu schlecht bin für die leichten Sachen, ey. Oder nur die leichten Sachen schaffe. Das hier ist eigentlich prinzipiell gar nicht so schwierig. Das hier auch nicht! Aber ich krieg's trotzdem nicht geschissen! Jetzt hab' ich's. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Also, wie sieht das hier keiner, ey. Ich komm' auf das weiße Ding oben an, auf das Rohr, und dann mach' ich da Überschläge ohne Ende. Und mal wieder rückwärts runter. Alter! Oh, wie hab' ich den denn gerettet? Ich weiß es nicht. Oh! Alter, ich bin da oben schon wieder gequetscht. Das ist das Essen. Boah! Boah! Das... Das schaff' ich aber. Alter! Boah! Oh! 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 Ach, da muss ich durch! Toil! Ich komm' von einem Rohr zum nächsten Rohr, oder was? Meistens macht man sowas? Fuck. Wieso hast du Angst? What the fuck?! Hä? Was denn? Jo, wenn man dann mit Fullspeed hochfährt und genau in die Mine Ja, dann muss man rüberspringen über so eine Mine Jo, weil ich auf Einrad springen kann Kannst du das nicht? Nee Okay Ich weiß nicht mal wovon drin wir dürfen Jo Geil Alter Alter Wenig sind wir schon beide beim Alter angekommen Die Strecke Die Strecke ist auch definitiv nur schwer Das ist so dumm Wer diese Schwierigkeitsgrade da hinschreibt, der ist einfach retarded Jo, man kommt an dieser Mine nicht vorbei Wenn man nicht auf ein Rad springen kann Oh Alter Das geht einfach nicht Was muss man denn da machen, ne? Alter, das geht nicht Ich fahr irgendwann gegen das scheiß Bomben Ding da Weil man da einfach nicht vorbeikommt Wahrscheinlich hast du es ganz langsam weggekickt, aber das geht bei mir nicht Nee, hab ich nicht gemacht Das ist doch die, die auf der Rampe ist, oder nicht? Die nach der Rampe ist da oben, wo du einfach mit Vollspeed hochfährst Ja, auf der Spitze oben Ja Ja, da bin ich rüber gesprungen Ja, das kann ich nicht Ich kann nicht auf ein Rad rüberspringen Ist nicht drin Und das Ding, was hier abgeht, ist für mich nicht drin Ich lande immer genau drauf Das kannst du vergessen Fuck Was ist das letzte Endermis, dann sind wir durch hier Du vielleicht Ja Dann sind wir ja beide durch Alter Weil die Map dann zu Ende ist Ich komm an der Mini-Fall, ich spring nochmal genau drauf Jetzt ja Keine Ahnung, wie ich es gemacht habe Ich würde es nicht nochmal schaffen Und ich würde behaupten, dass würdest du Nö, ich glaub nicht Doch, weil Hier ist doch noch so eine Mine Das ist alles nur über Ja, ich habe auch keine Ahnung, was ich gemacht habe Ich bin auf einmal Ich bin so schnell gelesen, dass ich einmal drüber gesprungen bin Keine Ahnung wie Das Spiel hat anscheinend Mitleid mit mir bekommen Jetzt sollte man lieber Mitleid mit mir hier bekommen Hier muss ich irgendwie bergauf fahren Und ich hasse dieses bergauf fahren Aber mittendrin ist aber eine Lücke und da ist eine Mine drin Okay Okay Oh Alter Die war nicht ohne Kann ich nicht beurteilen Kannst du schon beurteilen Du hast Hälfte gespielt Und die war schon nicht ohne Auf uns richte Boot, dann fällt mir die andere Hälfte So, jetzt kommt die Schwere Also die Downloads schrecken, ey Da kannst du echt nur einfach wählen, weil die sind dann schwer Ja, oftmals, ne Oh, die ist aber Hat FPS Drops Bei mir nicht Die läuft bei mir super Hä? Ja Die sofort Jetzt läuft sie bei mir auch super Beim zweiten Wo ist denn der Trackman da? Jo Jo Da bin ich auch erstmal gerade Wie soll man aber auch damit rechnen Das ist so ein kleiner Hut Jo, da ist noch eins Jo Ich bin auch wieder hier Ah, nach vorne lehnt Jetzt komm ich nicht mal drüber Oh, es geht auch einfach so schräg Weißt du so Die Perspektive ist ganz komisch Alter, das Bike hebt auf einmal einfach ab Jo Das hast du hier an Also wenn die Kamera sich einfach ändert Das ist einfach dumm Ja, ich komm damit nicht Ich komm damit nicht ordentlich klar Muss ich ehrlich sagen, ne Jo, und das ist ein Checkpoint Wer hat einfach nur einen Berg nach oben fahren, oder was? Oder einfach mit Fullspeed drüber raus Hab von mir nicht geklappt Mit Fullspeed rüber Alter, die Map scheint aber ziemlich lang zu sein Alter Ja, aber die Kamera ist mega beschissen hier oben Man kann ich noch nicht beurteilen, aber ich hoffe gleich Es Alter Das ist so ein Shit hier Es ist so ein Shit hier Das ist einfach so eigentlich so einfach hier rüber zu fallen über das Ding Jo, er fällt einfach nach vorne Warum? Weil die ganze Berg nach oben auf einmal fällt doch nach vorne Warum? Ich komm hier über diesen einfachen kleinen Hugel nicht rüber Das ist so fucking bad Jo, und jetzt Jetzt hebst du ab Nichts hält mich am Boden Wobei das hier echt mal schön wäre, wenn mich mal irgendwas am Boden halten würde mit diesem Bike hier Ich bin immer noch hier, ey Ja, danach fährst du eh nur geradeaus bis jetzt Ja, hier fährt man ja auch nur geradeaus und ich schaff's nicht Du bist mit dem Holzstamm, oder? Ja! Ja gut, danach fährst du aber wirklich nur noch geradeaus Bis du da bist, wo ich gerade bin Und da komm ich nicht weiter Da ist nämlich vor allem eine Wand Eine gerade Wand einfach nach oben Da musst du drüber Ich glaube, über die Wand würde ich besser kommen als über diesen kleinen Felsen So Nein! Nein! Krisch doch nicht! Okay Tiefdurchhaken Das ist eigentlich nicht so schwer Ich weiß auch nicht, warum ich mich hier gerade so an... Diese scheiß Kamera! Die ist auch bei mir der Grund Also hört sich wie eine Ausrede an, aber Ich seh nichts! Wenn ich springe, seh ich nichts mehr! Weil die Kamera sich verschiebt Du springstens nichts! Ja, geil! Und schon wiedergekurscht, weil ich einfach nichts sehe Die Kamera dreht sich mitten in den Sprung Ja, schön Du springst einfach dahin, wo du nichts siehst! Das ist dumm! Ungequashed Also vor allem Der Checkpoint ist so weit weg Ich weiß, dass man wieder drei Stunden kam Und dreht schon geradeaus, weil er nur den Sprung nicht zu schaffen hat, dass sich die Kamera dreht Ich hau mir ganz, ganz leicht den Kopf an Und sterbe, als wäre ich irgendwie Mit 800 kmh gerade Ich weiß auch nicht Yes! Viel Spaß hier oben, ey! Hier ist die Kamera einfach richtig beschissen Jo! Ich merke es jetzt schon hier, den Berg hochfahren ist schon eine scheiß Kamera Das geht noch! Jo! Ich merke es jetzt schon hier, den Berg hochfahren ist schon eine scheiß Kamera Das geht noch! Ja! Ich fahr lieber ganz vorsichtig hier längs, ey! Ich fahr lieber ganz vorsichtig hier längs, ey! einfach mega der Horror. Hast du es geschafft? Ja, ich bin hinter dir. Ich bin hier an diesen Felden. Ja, da hat mich die Kamera gefickt, so richtig. Und die Kamera wird immer schlimmer. Puh. Alter, diese Kamera. Und dass du die ganze Zeit immer nach hinten rollst. Ich weiß nicht mal, wie ich da hochkomme. Ja, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Ich habe es jetzt mit Glück geschafft. Ich weiß nicht wie. Aber dahinter ist dann direkt der Checkpoint? Nee, danach muss man noch einen Sprung machen. Ich meine hinter diesem Felden. Ja, danach kommt noch ein kleiner Sprung und dann ist der Checkpoint da. Die Fahrt allein bis zum Sprung hin ist so ätzend, vor allem so sinnlos. Ja, das stimmt. Ja. Man erkennt nicht mal den Weg, wo man langfahren muss. Das ist so dumm. Ist es geschafft? Noch nicht. Alter. Jetzt. Diese Kamera-Apertensive ist der Horror. Ändert sie sich hier oben auch gleich, oder? Ja. Du siehst nicht, wo du hinfahren sollst. Ich weiß nicht, was jetzt das nächste Hinternis ist, oder was nicht. Ja. Das stimmt. Das ist nicht ordentlich zu erkennen. An sich ist die Strecke bestimmt voll geil. Wäre die Kamera nicht. Vor allem klippt man auch hier mit dem Rad in die Dings rein, teilweise. In die Speichen da. In die Dinger. Ja, viel Spaß, ey. So, dass man nicht weiß, wo dann die Hitbox wirklich ist. Das ist richtig dumm. Das ist nicht ordentlich zu spielen, damit, finde ich. Ne, ist es auch nicht. Ja. Ja, jetzt bin ich wieder am Checkpoint zurückgefallen. Ja, jetzt bin ich wieder am Checkpoint. Weißt du zufällig, welche Strecke das ist? Die wieviel da? Ne, ich glaube die vorletzte. Die vorletzte. Dann würde ich jetzt hier nämlich erstmal einen Cut machen. Und wir sehen uns dann in der zweiten Hälfte. Bis gleich. Und wir sehen uns dann in der zweiten Hälfte. Und wir sehen uns dann in der zweiten Hälfte. Und wir sehen uns dann in der zweiten Hälfte. Vielen Dank.